ARD Text im Auftrag des ZDF Genau, wir sitzen hier im Helifest Ja... Was heißt es warten? Aber ich kann auf jeden Fall noch schießen Mh, 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 mh Aaaaah, hell What the fuck, was geht denn jetzt ab? Die Kamera an, ober Sie wollen, dass Sie zur dunklen Seite der Erde schauen Sie sollten den Horizont bei etwa 15 Grad Östlicht der PV-Anlagen erreichen Satt, Blickrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten Da ist sie, wir erhalten Ihre Übertragung, Satt Bitte kommen, Houston, empfangen Sie das Verstanden heißt es, wie die Übertragung von Satt steht Satt, bitte weiterverfolgen, wir analysieren das Hm Houston, heute sind keine Satelliten start geplant, oder? Oje ISS hier Houston, bereit halten, Sie haben hier eventuell ein Problem Der Scherz-Kontroll, der Roll-20 und es wird immer schneller Houston, die ISS-Kontrolle, äh, gibt es Neuigkeiten? Psss, wuhu Oje Hilfe Das war's Was geht ab? Ey W- W- Schengs W- 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 Hilfe, na! Boah, der hat gesessen. Näääh, mein Holo geht nicht mehr. Ach, warte mal hier überdommen. Jupp, das lassen wir jetzt. Anscheinend sind Optik und Dominik in der Hoffnung. Es brennt nicht nur meine Straßen. Kuah, seht ihr das an, Mann? Verdammt, okay. Wir müssen uns in allem draußen sammeln. Rockroll done and foggy. Oha. Der sieht nicht gut aus. Würde ich mal so sagen. Kuah! Oder wir feuern! Ich erinnere mich nicht an die verdammte Losung, okay? Ich bin auf der Flucht! Nicht schießen! Die richtige Antwort ist Texas-Soldat. Was ist los? Colonel Marshall stellt ein Sonderkommando im Weißen Haus zusammen. Immer weiter nach Norden. Und wo wollen sie hin? Es soll allen sagen. Los! Zum Weißen Haus! Sie haben den Mann gehört. Gehen wir. Jupp, das haben wir. Dann, sie gehen vor. Boah, Alter. Sicher. Ich halte uns den Rücken frei. Verstanden. So, jetzt habe ich mir erstmal wieder Munition geholt. Boah, ich kann nicht zielen, das ist ne Scheiße. Deine有人 regarde mir. Aber nicht schief, ich sehe nicht. Bis zum Weißen bis zum Weißen. Ja, dass jemand neu aufschlugt. Oh, ich kann nicht die Schmerzen. Nee, aber nicht schief. Ich kann nicht schief. Ich bin sicher. Es ist einfach ein Feindes. Ich bin der Fall! Ja, ich bin der Fall. Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich geh nur mit der Pistol Philadelphia Jaguar открыв, damit man am Besten ziel kann Das war's für heute. Ich muss hier noch kontakt. Oh, hier lang. Wow. Oh, fuck, Alter. Wie kacke das ist, Alter. Das ist einer von uns. Das ist einer in den Kabinen auf der rechten Seite. Ich muss einfach mal draufballern. Man bräuchte echtes Nachtsricht. Ja, das müssen wir. Leider. Äh, hier ist was der Fall. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin drin. Was ist mit denen? Das wüsste ich auch gerne. Ich halte uns den Rücken. Halt los. Halt los. Boah, sorry für die Rockler. Alles klar. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Abstürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monson den Arsch abzufrieren. Beides. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich weiß nicht. Kohl! Die Wehmehrung. Kohl! Die Wehmehrung. Sankt Texas verdammt. Mach schon. Kuntag! 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 Die Wehmehrung. Kuntag! Nicht das auch, K Mömez. 3 K ingredients. Kack! K Appel! K Wasser! Ja, ja, ist gut. Jetzt sehe ich überhaupt nichts in der Dunkelheit, echt. Miau, Granate. Ah. Lebst du noch? Gib mir nochmal einen Blitz. Danke. Noch einen. Es ist so dunkel, dass man sich überhaupt nichts sieht, ey. Kommt hier? Mein Gott. Was ist los? Los. Eh. Ja, endlich. Ich bin jetzt. Oh, nein. Auf Wattivität, da. Komm mal, da. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Es ist schlimm, wenn hier etwas mehr Licht wäre. Was für ein Siegel an der Tür. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Ähm, nicht. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. Jo. Und jetzt hängt mein Spiel. Oder auch nicht. Entweder ist das normal oder ich habe keinen Ladebildschirm. Hm. Aber auf jeden Fall ist es ganz schön heftig, was da gerade passiert ist. So. Das weiße Haus. Prior James Ramirez.